Ja, jetzt willkommen zum Live-Media-Update für Dienstag, den 5. März 2024. Heute wieder mit den aktuellen News rund um das politische Geschehen in den Vereinigten Staaten und weltweit. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das bisher noch nie auf meinem Kanal aufgearbeitet wurde, aktuell aber immer weiter in den Fokus rückt. Die Rede ist vom sogenannten Insider-Trading, also dem Handel von Wertpapieren auf Grundlage von teils geheimen Informationen, die nur einem sehr kleinen Kreis, meist Politikern, zugänglich sind und einen kurz- bis mittelfristigen Einfluss auf einen Aktienkurs haben können. Der Insider-Handel ist in Deutschland seit der Verabschiedung des Wertpapierhandelsgesetzes aus dem Jahr 1994 offiziell illegal. Trotzdem dürfen Politiker Aktien handeln und da Außenstehende nicht nachvollziehen können, welche geheimen Informationen dem Politiker zur Verfügung stehen, ist es sehr schwer, Insider-Handel effektiv zu verhindern. In den USA ist der Insider-Handel bereits seit Verabschiedung des Securities Exchange Acts im Jahr 1934 illegal, wobei die Strafverfolgung ebenfalls vor dem Problem steht, dass sie nicht genau wissen, über welche Insider-Informationen ein Politiker verfügt und welche Schlüsse er daraus zieht, weshalb es bisher nur wenige Anklagen gab. Immerhin müssen US-Politiker ihre Aktientransaktionen öffentlich machen, was mit dem Stock Act im Jahr 2012 eingeführt wurde. So kann die Öffentlichkeit nachvollziehen, wie gut sich die jeweiligen Politiker an der Börse schlagen, woraus sich eventuell Rückschlüsse über zum Einsatz kommende Insider-Informationen ziehen lassen. Der Erfolg eines Traders wird in der Regel in Gegenüberstellung mit einem Aktien-Leitindex gemessen. Steigt ein Portfolio in einem Jahr um 20%, mag das nach einem Erfolg klingen. Sieht man dann aber, dass der S&P 500, der die Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, im gleichen Zeitraum um 25% gestiegen ist, bedeutet das, dass das Portfolio des Händlers unterperformt hat und er einfach in den S&P 500 hätte investieren sollen. Hier sehen wir den prozentualen Anstieg der Aktienportfolios jener 32 US-Politiker, die im Jahr 2023 besser abschnitten als der S&P 500, obwohl dieser mit einem Plus von 24,8% ein überaus starkes Jahr hatte. Auffällig ist, dass so gut wie alle Politiker, die letztes Jahr solch einen Investment-Erfolg verzeichnen konnten, in einflussreichen Positionen, zum Beispiel innerhalb von wichtigen Ausschüssen sitzen und dort Zugriff auf Informationen haben, die dem regulären Investor nicht zur Verfügung stehen. So sitzt der Demokrat Brian Higgins, zum Beispiel im Haushaltsausschuss, und schaffte es, sein Investment innerhalb von nur einem Jahr fast zu verdreifachen. Ob das etwas damit zu tun haben könnte, dass er Einsicht darüber hat, an welche Unternehmen die US-Regierung als nächstes millionenschwere Aufträge verteilt, was ihren Börsenwert anhebt, kann man nur spekulieren. Ja, ich habe bei meinen Recherchen die Seite QuiverQuant gefunden, welche die Aktientransaktionen von US-Politikern in Echtzeit trackt. Hier sehen wir zum Beispiel das Portfolio der ehemaligen demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die in ihren 27 Jahren als Kongressabgeordnete etwa 4,6 Millionen Dollar Gehalt aus Steuergeldern ausgezahlt bekommen hat und sich trotzdem ein Vermögen von rund 190 Millionen Dollar aufbauen konnte, wobei sie vor allem beim Handel mit Aktien ein verdächtig gutes Gespür zu haben scheint. Am 22. November 2023 kaufte sie zum Beispiel Aktien des Grafikkartenherstellers Nvidia im Wert von 5 Millionen Dollar. Nur eine Woche später brach ein regelrechter Hype um künstliche Intelligenz und die dafür benötigten Grafikkarten aus, was den Preis der Nvidia-Aktie von Pelosys Einstieg bei 470 Dollar auf 850 Dollar Anfang März katapultierte. Somit hat Pelosi bereits 4 Millionen Dollar innerhalb von nur drei Monaten durch einen einzigen Trade verdient. Das 25-fache ihres Jahresgehaltes als Kongressabgeordneter. Wusste sie vielleicht, dass Joe Biden Anfang 2024 einen großen Regierungsauftrag im Bereich künstliche Intelligenz an Nvidia vergeben wird und die Umsatzzahlen des Unternehmens alle Erwartungen übersteigen werden, was den Chip-Hersteller mit einem Börsenwert von 2 Billionen Dollar zum zweitwertvollsten Unternehmen der Welt machen würde? Nun, Pelosi ist nicht die einzige, die auf dieses Pferd gesetzt hat. Der bereits erwähnte Top-Performer Brian Higgins hat bereits Mitte 2020 Nvidia-Aktien bei knapp 120 Dollar gekauft und sein Investment in Höhe von 50.000 Dollar fast versiebenfacht. Spannend ist auch der neueste Trade von Nancy Pelosi. So hat sie am 21. Februar eine Viertelmillion Dollar in Aktien des Cybersecurity-Unternehmens Palo Alto Networks aus San Francisco investiert. Wieso setzt sie auf Cybersicherheit? Weiß sie etwas, das dem Rest der Bevölkerung noch nicht bekannt ist? Nun, Palo Alto Networks bietet Sicherheitslösungen für Unternehmen an, die einer erhöhten Gefahr von Cyberangriffen ausgesetzt sind. Ihr Aktienkurs würde natürlich regelrecht explodieren, wenn es plötzlich einen größeren Cyberangriff geben würde, der die unzähligen im Silicon Valley angesiedelten Tech-Unternehmen dazu bewegt, die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke zu verbessern. Vielleicht wird das dann sogar gesetzlich vorgeschrieben. Seit dem Cyber-Polygon-Event des Weltwirtschaftsforums im Jahr 2021 haben wir den Bereich Cyberangriffe und Blackouts stets im Blick behalten, wohlwissend, dass dies ein mögliches inszeniertes Szenario sein könnte. Gerade jetzt, da der Westen den Konflikt mit den BRICS-Nationen, allen voran Russland, zu verlieren scheint, könnte solch eine False Flag wieder in Betracht gezogen werden. Bereits im Dezember 2023 hatte die britische Regierung dem Kreml vorgeworfen, Cyberattacken auf Wahlsysteme durchzuführen, um Wahlergebnisse in die gewünschte Richtung zu manipulieren. Bereiten sie so ein mögliches Narrativ für das Superwahljahr 2024 vor? Sollen alle Wahlergebnisse, die den Globalisten nicht recht sind, auf Russland geschoben werden, damit die Wahl unter Umständen sogar wiederholt werden kann? Planen sie vorab einen medienwirksamen Cyberangriff, der dem Ganzen die Bühne bereiten soll, weshalb Pelosi jetzt schon in Cybersicherheitsfirmen investiert? Nun, all das sind natürlich Spekulationen, die sich allerdings im Laufe des Jahres bestätigen könnten. Beim Analysieren der Käufe und Verkäufe der an der Börse erfolgreichsten US-Politiker ist mir aber noch etwas aufgefallen. Die Anzahl der Politiker, die in den letzten Monaten beinahe ihr gesamtes Aktienportfolio verkauft haben, ist überaus alarmierend. So zum Beispiel der Republikaner Tommy Tuberville, der im Landwirtschafts-, Gesundheits- und Veteranenausschuss sitzt und in den letzten Jahren zweistellige Millionenbeträge an der Börse verdient hat. Seit Ende 2023 hat Tuberville fast 7 Millionen Dollar an Aktien verkauft, wobei er alleine am 14. Februar 2024 rund 1 Million Dollar liquidierte. Dabei scheint es ihm vollkommen egal zu sein, ob die Position im Plus oder Minus ist. Hauptsache er zieht sein Geld aus dem Aktienmarkt ab. Und das ist kein Einzelfall. Der demokratische Abgeordnete Daniel Goldman aus New York hat in der zweiten Jahreshälfte 2023 sein gesamtes Aktienportfolio im Wert von 44 Millionen Dollar verkauft. Spannend ist dabei, dass Goldman im Heimatschutzausschuss sitzt und somit Einsicht über potenzielle Gefahren für die kritische Infrastruktur der Vereinigten Staaten hat, was natürlich auch Cyberangriffe einschließt. Neben ihm haben zum Beispiel auch der Republikaner Pete Sessions, der im Finanzausschuss sitzt, und Dan Sullivan aus dem Handelsausschuss einen Großteil ihres Aktienportfolios in den letzten Wochen verkauft. Das deckt sich wiederum auch mit dem Verhalten einiger der einflussreichsten Milliardäre der Welt. Warren Buffett, der sein Vermögen von rund 134 Milliarden Dollar hauptsächlich an der Börse aufgebaut hat, verkaufte allein im dritten Quartal 2023 Aktien im Wert von mehr als 7 Milliarden Dollar. Amazon-Gründer Jeff Bezos stieß im Februar 2024 Amazon-Aktien im Wert von 8,5 Milliarden Dollar ab und Meta-Chef Mark Zuckerberg verkaufte kürzlich Aktien im Wert von einer halben Milliarde Dollar. Ja, und das während die Aktienindizes weltweit neue Höchststände verzeichnen und sich der Großteil der Investoren euphorisch zeigt. Allgemein hofft man, dass Joe Biden den Zustand der US-Wirtschaft zu seinem Wahlargument macht und deshalb die Zentralbank Federal Reserve unter Druck setzt, in Kürze den Leitzins abzusenken, was Kredite vergünstigt und den Markt so mit frischem Geld flutet, was normalerweise zu einem Anstieg der Immobilienpreise, aber auch von Risikoanlagen wie Aktien und auch Kryptowährungen führt. Legt man allerdings die Leitzinskurve über den S&P 500, fällt ein entscheidendes Detail auf. Sowohl im Falle des Dotcom-Crashes im Jahr 2001 und der Weltwirtschaftskrise 2008 sind die Aktienkurse erst abgestürzt, nachdem die Zentralbank den Leitzins wieder abgesenkt hat. Das hat damit zu tun, dass die Anhebung des Leitzinses keinen unmittelbaren, sofortigen Effekt auf den Markt hat, sondern die Auswirkungen zeitversetzt eintreten. Meistens passt es die Zentralbank so ab, dass sie den Markt schon mit neuem Geld fluten, während der durch die zuvor hohen Zinsen ausgelöste Crash seinen Lauf nimmt. So können sie als Retter in der Not auftreten und werden von der Bevölkerung nicht als Schuldiger für die Misere ausgemacht. Stattdessen wird ein bestimmtes Event für die Krise verantwortlich gemacht, welches eigentlich nur der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Der Einsturz des US-Immobilienmarktes im Jahr 2008 oder die Überspekulation bei Tech-Aktien im Jahr 2000. Wenn bereits klar ist, dass es wieder einen Crash geben wird, was werden sie diesmal als Katalysator vorschieben? Vielleicht ja einen Cyberangriff, den man gleichzeitig auch auf Russland schieben und für Wahlwiederholungen nutzen kann. Plausibel wäre es auf jeden Fall. Wenn man von solch einem Verlauf profitieren möchte, könnte man zum Beispiel in Betracht ziehen, in Edelmetalle zu investieren, die ihren Wert während der letzten Finanzkrise verdoppelt haben. Sobald die Aktien um 50, 60, teilweise über 90% korrigiert sind, kann man Profite bei Edelmetallen nehmen und unterbewertete Aktien von Unternehmen kaufen, von denen man glaubt, dass sie in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine Rolle spielen werden. Doch das ist natürlich nur eine Idee und keine Finanzberatung. Sollte die Börse noch vor der Wahl 2024 abstürzen, würde das Trump natürlich massiv in die Karten spielen, da er stets davor gewarnt hat, dass Biden die Wirtschaft vor die Wand fahren wird. Und da die meisten Amerikaner noch sehr positive Erinnerungen an die Wirtschaft unter Trump haben, wäre das ein ausschlaggebendes Wahlargument. Wie Trump letztens selbst sagte, wir wollen einen Erdrutschsieg, der zu groß ist, als dass die Wahl gestohlen werden kann. Und wir wollen eine Landslide, die zu groß ist, zu groß, zu groß. Ja, bei einer Wirtschaftskrise wäre genau das der Fall. Am Ende liegt es in den Händen des FED-Chefs Jerome Powell, der spannenderweise von Trump nominiert und bisher nicht von Biden gefeuert wurde. Und Powell scheint den Leitzins möglichst lange auf über 5% halten zu wollen, damit es auf jeden Fall zu einem größeren Crash kommt, bevor sie den Markt wieder mit Geld fluten. Arbeitet Powell verdeckt noch für Trump und beschert Biden kurz vor der Wahl ein blaues Wunder? Nun, das und alle sonstigen spannenden News des Wahlkampfes 2024 werden wir auf diesem Kanal mitverfolgen. Und falls ihr das nicht verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da. Ja, zum Abschluss möchte ich mich bei den Unterstützern meiner Arbeit bedanken, ohne die dieses Projekt nicht möglich wäre. Ich verzichte bewusst auf Werbepartner und Sponsoren, da mir meine 100%ige Unabhängigkeit am Herzen liegt. Wenn ihr meinen freien Journalismus fördern möchtet, damit ich auch in Zukunft weiter Videos machen kann, dann könnt ihr dies über den Paypal-Spenden-Links sowie die Kontoverbindung tun, die ihr direkt unter diesem Video findet. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Bericht wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Ciao! Ciao!